Der Spiel wurde aufgrund der Wetterlage abgebrochen. Was sagst du dazu? Ja, es ist natürlich schade, dass das Spiel abgebrochen werden muss, aber die Platzverhältnisse waren leider nicht mehr zunehmend für den weiteren Spielverlauf. Wie schätzt du eure eigene Leistung ein, bevor das Spiel das erste Mal unterbrochen wurde? Ich denke, wir haben heute schwer ein Spiel gefunden, viele Fehlpässe gespielt, nicht die richtigen Laufwege gehabt. Aber ich denke mal, wenn das Spiel wiederholt wird, werden wir anders auftreten. Sehr gut, dann war's das schon. Dankeschön!